Jetzt erstmal noch ein schöner Song von uns. Übrigens, du filmst die ganze Zeit. Du musst unbedingt mal in der Pause das blaue Schild lesen. Da steht, Achtung, Foto- und Filmaufnahmen sind unter Androhung einer Strafe von nicht unter Euro hier auf keinen Fall gestattet. Ausnahmen nur unter Berücksichtigung einer Sonderbefragung der Band, die dann im Gremium sich zurückzieht und nur bei einer Stimmmehrheit die Filmberechtigung erzeilen kann. Das ist übrigens nur möglich, wenn man vorher der Band unter Abgabe eines kleinen finanziellen Opuluses die Entscheidung erleichtert. Das ist das Schwierige dabei. So ist das in Ämtern. Wenn man Macht hat, dann kann man auch mal was abkassieren.